Er ist Gott, O Herr, wie sollen wir dir danken? Grenzenlos ist deine Großmut und unsere Dankbarkeit ist nur begrenzt. Wie kann das Begrenzte dem Grenzenlosen Dank erweisen? Unfähig sind wir, dir Dank zu sagen für deine Gnadengaben. Völlig machtlos wenden wir uns deinem Reiche zu und bitten dich, deine Gaben und Segnungen zu mehren. Du bist der Geber, der Schenkende, der Gewaltige. Abdul Bahar Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017